Ich heiße Maria Brandt, bin Studienleiterin im Ludwig-Wendt-Osthaus. Ich komme bei meinem Hobby zum Atem. Und zwar habe ich ein Pferd seit ein paar Jahren. Und wenn wir zusammen ausreiten, komme ich zwar manchmal auch raus, außer Atem, aber es gelingt mir, den Kopf abzuschalten und mich nur auf das hier und jetzt, die Situation, zu konzentrieren. Ansonsten fällt mir das zu Atem kommen als Raucherin manchmal nicht ganz so leicht, aber es gibt ja immer noch Entwicklungsziele. Ich komme auch zu Atem in meinem Garten. Der ist ja schön, der gefällt mir gut. Den habe ich auch erst seit ein paar Jahren. Das ist auch ein schönes Hopp. Ja, das sind die Bereiche, an denen ich zu Atem komme.